Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Achso, das würde die Geschütztürme aktivieren, ne? Scheiße. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Achtung, Granate! Meine Fresse. Diese blöden Viecher, wenn die da einfach so sich hinbeamen, die können echte Probleme machen. Oder verursachen. Wo zum Geier schießt denn das noch? So, so ist es gut. So, wie komme ich denn... Also einfach runter. Nein! Ach du Scheiße. Kann man die deaktivieren? Feuertür! Tja, da muss ich jetzt so durchlaufen. Leider. Achtung, Rutschgefahr? Ähm. Wah. Scheiße. Das Ding ist aktiviert, ne? Wah. So, India Lima, mit äußerster Haken durchführen. Freeman, wer hätte gedacht, dass Sie noch am Leben sind? Sollten wir nicht vielleicht versuchen, so eine Kreatur zu fangen? Glaube ich zumindest. Ich hatte so einen Verdacht, dass das passieren könnte, aber der Verwaltungschef wollte einfach nicht zuhören. Mhm. Riechen Sie auch den Brandgeruch? Absolut nicht. Ja. Ähm. Ich halte Sie auf, nicht wahr? Wie komme ich da jetzt durch? Ja, das ist gut. Achtung. Dieses Durchsagesystem untersteht jetzt dem Militär. Ha! Scheiße. Ah! Verdammt. Na gut, das hat schon mal nicht geklappt. Hatte ich nicht gespeichert? Ich hatte doch gespeichert. Feind in Sicht. Verdammt. Hä? Warum hat denn das nicht funktioniert? Ich hatte doch... Na ja, gut. Geh mal diesen Weg nochmal. Schnell! Ah! Jetzt sind wir ja schon wieder hier. Also, das hat ja wirklich nicht lange gedauert. Huah! Scheiße. Ah! Verfluchte Drecksseuche! Warum? Nochmal. Ach, Mann. Das ist... Das macht einen echt... So. Damit jetzt alles in Butter ist, werde ich jetzt hier speichern. So. So. Diesmal haben wir es nicht so einfach dadurch geschafft. Leider. Oh, mein Gott. Jetzt muss ich mich aber wirklich heilen. 26 Prozent... Äh... 26 Leben habe ich noch. Komm ich hier durch. Tatsache, hier ist sogar was drin, ne? Hier nicht. Hier auch nicht. Da sind nur Schuhe drin, oder? Super. Die Tür ist zu, ne? Ja. Die ist zu. Will ich mal gucken. Hier muss ich doch irgendwo... Endlich gerettet. Dem Himmel sei Dank, dass endlich jemand kommt. Ah! Sind die verrückt? Es gibt jetzt ein Maschinengewehr. Schon gut. Keine Sorge. Ich bin Arzt. Ich werde genau hier warten. Da gibt's was zum Leben retten. Was ich jetzt nur nicht ganz verstehe. Warum schießen die auf mich? Das würde mich mal interessieren. Da ist die Tür, ne? Ja. Jetzt kommt ne aufregende Musik. Mal gucken, was passiert. Woa! Es gibt's ja nicht. Mamma mia! Habe ich hier irgendwo... Ja? Mamma mia! Es geht schon wieder los. Nein, das will ich jetzt nicht singen. Hä! Das... So. Dann will ich hier mal schnell wieder das Leben retten. Mann, ich rede so wenig, glaube ich. Also ich hab so das Gefühl, dass ich zu wenig quatsche. Aber... Es ist ja auch nicht gerade so... Dass es nicht aufregend ist. Mach ich wieder hier die Tür zu. Ah, die Viecher mal wieder. Hier mal kurz Slalom laufen. Na prima! Entweder geht man den Weg... Oder man geht den Weg. Ich wüsste jetzt nicht, welche sicherer ist. Ich glaube, es ist kein Weg von den beiden sicher. Äh... Jetzt mal nur so ganz blöd gefragt. Wie komm ich denn jetzt hier weiter? Muss ich jetzt hier langlaufen? Tatsächlich. Ich glaube, da kann man das alles ein bisschen umgehen. So, 100% aufgeladen. Aber warum schießen die auf mich? Kann mir das mal jemand sagen? Mich würde das mal interessieren. So, wo bin ich denn jetzt hier? Geh weg! Mensch, ins Kinder. Ich hab schon wieder Strom verloren. Achso, der schützt mich wahrscheinlich, der Anzug, noch ein bisschen. Komme ich da noch weiter? Nein, da komme ich nicht weiter. Aber ich kann hier drüber wegsprengen! Speichern wäre angesagt. Ach, wir waren eigentlich Safe Game nochmal. Ist ja bei jedem Spiel anders. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Schnell speichern auf F6. Oh, F6. Gespeichert. Nicht schießen. Ich gehöre zum letzten Teil. Nein. Wir werden doch jetzt nicht etwa umgebracht... Oh. Oh. Ach, du Scheiße. Die bringen die einfach um. Gibt's denn sowas? Äh... Laufen die im Kreis? Tatsache. Ich glaub, ich nehm mal... Was hab ich denn hier jetzt? Achso. Nehm ich mal die Pistole. Damit schieß ich... Treff ich wahrscheinlich besser. Seitdem... Man... trifft nicht so wie ich. Man schießt gekonnt daneben. Er ist auch tot. Ah. Da will ich nicht gegen schießen. Wenn ich in der Nähe bin. Ah. Stirbt doch endlich. Wo ist es der Nächste? Ah. Ah. Weg, 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 weg. Mann, Mann, Mann. Das ist ja jetzt richtig aufregend geworden. Jetzt wird die mit Granaten werfen und allem. So, mal gucken, ob ich jetzt hier durchkomme, ohne dass hier noch was in den Weg kommt. Was hab ich denn da? Geht's hier noch weiter? Ah. Leben. Und Munition. Fürs Maschinengewehr. Aber das ist voll bei mir. Nehm ich mal jetzt weiter... Äh. Das Maschinengewehr. Weil wir das brauchen wir wahrscheinlich am meisten jetzt. Hier sind schon wieder diese Viecher. Ach, jetzt sind wir hier oben. Wo wir vorhin da unten waren. Ich hör doch hier schon wieder was. Äh. Ah. Ach du Scheiße. Scheiße. Ah. Ah. Der ist weg. Da kommt noch einer. Den ich nicht treffen kann, weil er weg dahinter steht. Ah. Schon wieder eine Granate. Geh weg. Na, los. Lass mich durch. Boah. Ist hier noch irgendwo einer? Meine Fresse. Die schmeißen ja mit Granaten um sich. Da kriegt man ja... Puh. Erstmal wieder heilen. Ich find's ja gut, dass in fast jeder Ecke so ein Ding steht. Und wieder hochfahren. Das heißt also... Deswegen heißt das Kapitel Feind in Sicht. Sind das gar nicht die Guten? Meine Herren. Ich hör schon wieder andere Geräusche. Mal gucken, was uns da erwarten wird. Oh. Erstmal eine Explo... Ach du Scheiße. Erstmal eine Explosion. Ich bin oben. Und treff den nicht. Boah. Nein, nicht schon wieder Granaten. Was ist denn hier? Bitte. Los. Oh je. Ich brauch Leben. Nein. Na toll. Am Heil... Beim Heilen gestorben. Ich werd mich erstmal heilen. Die stehen da bestimmt um der Ecke. Nehme ich diesmal eine Granate. Ja. Boah. Ah, das gibt's doch nicht. Nochmal. Nochmal. Darumst du�.